Aber Michael, noch 10 Jahre, dann brauchst du Windeln. Ich hoffe doch nicht. Nehmen wir heute den roten oder den schwarzen Wagen? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Nehmen wir den schwarzen. Einfach mal die Scheiße gekauft. Na gut, passt schon. Was machen wir denn mit ihm jetzt? Das hier. Ey, und vielleicht kann ich ja in dieser Aufnahmesession noch die Vorbereitung beenden für diese und beim nächsten Mal. Bei der nächsten Aufnahmesession machen wir dann beide krassen Jobs hintereinander direkt. Das ist ja auch geil, glaube ich. Könnte ganz interessant werden. Wird so sehr, sehr spannend vor allem. Ich erwarte mir sehr, sehr viel von diesen Missionen. Wird, willst du rennen oder willst? Zack, hier, hast du deine Licht kaputt gemacht. What the hell, man? Ja, ich glaube, es ist neulich das. Ich mache jetzt die beiden Vorbereitungen noch zu Ende. Auch wenn nichts allzu schweres ist mit dabei. Ah, kaufe drei Overworlds. Ja gut, passt doch. Das kann er übernehmen als immer mit die meiste Kohle. Quatsch, uns nicht voll. Grün? Ja, ich habe schon mal die Idee. Alles klar. Mal gucken, habe ich mich schon auch falsch gemacht, oder? Habe ich mich schon auch falsch gemacht? Habe ich es falsch gemacht? Nein. 100% hier. Dann mal auf zum Letzten. Kurz markieren. Da hinten ist es. Wahrscheinlich wieder irgendwas klauen. Haben sie wahrscheinlich auch gesagt. Allerdings kann ich mich an die Besprechung nicht mehr wirklich erinnern. was ich mir alle schüsten, Das war's für heute. ...und ich habe einen Pogba-Berbaden. Das ist ein Pogba-Berbaden. Äh, warte, 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 warte. Das ist schon wieder bewegt. Und ich glaube nicht, dass ihr um den Müllwagen kämpfen wollt. Alles klar, ist auch besser so. Ich hasse es, ich hasse es. Ich hasse es zu entkommen. Das ist alles so lange, ich habe doch nur einen Müllwagen geklaut. Und ihr stellt euch nicht so an. Guckt, siehst du, wie willst du abhauen mit einem Müllwagen? Das geht nicht. Nervtötend. Unfassbar nervtötend. Verfolgungsjagden sind geil, aber nur wenn sie schnell enden, weißt du? Also am Ende dann sind wir weg vom Fenster und dann hat sich die Sache erledigt. Aber hier, auch noch mit einem Müllwagen abhauen. Ganz ehrlich, Leute, wie wollt ihr abhauen mit einem Müllwagen? Ich schiebe euch jetzt alle an. Ich schiebe euch jetzt alle an. Ich schiebe euch jetzt an. Ich schiebe euch jetzt an. Das ist so lächerlich, das ist so lächerlich, oh mein Gott. Das ist so lächerlich, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, das ist so lächerlich, das ist so lächerlich. 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 Und schon wieder werde ich unfassbar verfehlt. Ich habe keinen Bock mehr ohne Witz. Ich habe keine Lust mehr. Keine Lust mehr. Bring mich um. Kein Bock mehr. Bring mich um. Bring mich um. Wenn du einer Ich wollte vor das Auto laufen Richtige Drecksmission, Wahnsinn Tut mir leid Leute, aber da kannst du nur, da kann man nur abgefuckt sein Das ist doch Ich hab versucht zu flüchten Wie die es überhaupt nicht gesehen haben Geht überhaupt nicht Logisch zu erklären ist das nicht Weil mich niemand gesehen hat Es hat mich niemand gesehen Außerdem hast du niemals zwei Sterne mit dem Auto klaust Also es ist vom Spiel vorgegeben Dass du da verfolgt wirst Ich versuch abzuhauen Ist nicht machbar, wie willst du denn mit einem Müllwagen vor Bullenautos fliehen Das ist nicht machbar Ich hab versucht selbst von Brück zu sprechen Ihr habt alles gesehen was ich versucht habe Ganz vergessen Was ne Scheiße Das einzige was mir jetzt noch einfällt Ist vielleicht die 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 Spezialfähigkeit von Von Franklin Das könnte ich vielleicht ausnutzen Aber sonst Voll der Müll Ganz einfach Voll der Müll Im wahrsten Sinne des Wortes Müll Müllwagen Was steht dir den Witz Ich hab genug aufgeregt Ich hab genug aufgeregt Ich hab genug aufgeregt Wir Photo Ke Dowä cause Ich hab genug aufgeregt Ich habe die Ah ja, gerade So, diesmal markiere ich mir den Platz Ja, wo kommen die her? Kein Mensch weiß es Kein Mensch weiß es Kein Mensch weiß es Franklin macht es Franklin macht es, kein Problem Klar, ich habe es mir extra schwer gemacht Klar, das merke ich jetzt Klar, natürlich Allerdings, Leute, sobald die Bullen euch haben Wie wollt ihr da entwischen? Jetzt muss doch trotzdem die Möglichkeit geben, da zu entwischen Wie macht man das dann? Gerne Tipps Siehst du, ja guck mal Da kommt schon wieder mir plötzlich einer entgegen Das ist von Lächerlichkeit kaum zu überbieten Ich hasse sowas Ich hasse sowas, wenn es so offensichtlich Das Spiel dich verarscht Weißt du? down 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR